Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Moving Couch. Wie ihr seht, haben wir unsere erste Reise angetreten und wir sind gerade auf dem Footballfeld. Wir sind hier schon kräftig am Plänen. Wir werden gleich eine schöne Aufräumrunde starten und dann anziehen und dann geht's los. Ja, und wie ihr seht, ich bin mir schon kräftig Mut am Einten, weil hier laufen auch einige Brecher rum. Das ist schon schlimm. Ja, ich denke, wir bekommen heftig aufs Maul. Also mein Puls hier, man sieht richtig mein Herz hier. Wir tun ja alles für unsere Gemeinde. Also für unsere YouTube-Money bezahlen wir hier alles. Deswegen, ja, wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge und wir werden auch noch versuchen, einige Momente mit den Spielern und Cheerleadern einzuhaschen. Also viel Spaß. Nie trinken meine Freunde vor dem Training. Nie trinken meine Freunde. Nie trinken. 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 Guck mal, der Duschan. Was musst du ja überhaupt machen? Der steht da nur rum. Und ich? Hast du die falsche Position ausgesucht? Ja. Ich wurde eben schon fast zu Tode getackelt hier von den Konsorten hier. Und der Duschan schaukelt da hinten seine Arja. Ja. Scheiß Serbisch. Ja. Da haben wir euch vier jetzt. Ihr seid ja die vier Captains. Wie seid ihr denn? an diese hohe Position gekommen? Welche Fähigkeiten machen euch denn dazu? Ja. In erster Linie sind wir halt, wir vier mit am längsten dabei. Und ich würde mal fast sagen, dass wir vier uns auch mittlerweile bisher schon sehr viel für das Team engagiert haben und auch viel gemacht haben. Und ja. Und denke ich mal, wir sind so die Leute, die besten Ansprechpositionen für die Spieler. Und wann habt ihr euer erstes Ligaspiel? Oder seid ihr schon voll in der Saison? Ja, voraussichtlich 2016 haben wir einen Ligabetrieb. Das liegt daran, dass uns noch dringend Spieler fehlen. Das heißt, falls ihr Werbung dafür machen könntet oder hier Leute das sehen, die im Kreis wohnen. Kreis Altenkirchen, Kreis Windeck. Kommt zum Training. Wir sind hier in der Saison. Aktuell immer dienstags und donnerstags um 19 Uhr. Ja, Jungs, habt ihr gehört? Dienstags und donnerstags um 19 Uhr in Windeck auf dem Kunstrasenplatz. Von daher, also wenn ihr Bock auf einen geilen Sport habt, kommt vorbei, probiert es aus. Wir haben Ausrüstung für euch. Wir geben das an neue Leute ab. Und dann könnt ihr mal gucken, wie es für euch ist. Was Besseres gibt es nicht. Und denkt nicht, dass ihr zu dick, zu dünn, zu groß oder zu klein seid für diesen Sport. Das ist das Schöne hier beim Football. Für jeden gibt es eine Position. Absolut. Das Einzige, was zählt, ist Herz und Erfolg. Also Engagement für den Sport, Liebe für den Sport. Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Dann können wir hier die vier Captains in die Dusche entlassen. Dann noch viel Spaß mit den Cheerleadern. Und ich hoffe, man sieht sich wieder, ne? Ja, auf jeden Fall. Danke, ganz schön. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck. Und nächste Woche geht es weiter. Und zwar mit dem zweiten Teil. Und ich hoffe, der erste Teil hat euch sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir haben so viel erlebt, dass wir das alles gar nicht in eine Folge packen können. Deswegen wird es in zwei Folgen gesplittet. Und habt ihr doppelt Spaß. Könnt doppelt so viel gucken. Und viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal, ich korte von Tätus. Who are we? You are him! Ja, wir haben. Ja, wir haben. Ja, wir haben. Ja, wir haben. Ja, wir haben.